Ja, ich denke, es ist für jeden wichtig, einen guten Aufschlag zu haben, dass man gut ins Spiel reinkommt, weil heutzutage hat jeder Top-Spieler gute Aufschläge und er macht immer mindestens 1-2 Punkte bei seinen Aufschlagen. Dann hat man natürlich sehr viel Druck beim Rückschlag, wenn man keinen guten Aufschlag hat und deshalb vereinfacht das eigentlich das ganze Spiel, wenn man einen guten Aufschlag hat. Stop! 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 Stop!